ja und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Overwatch ja während wir hier noch warten, weil ich habe eher gedacht das noch... jetzt, 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 jetzt so wir befinden uns auf das ist aber nicht wirklich das, was ich vermute, oder? das ist jetzt nicht das, was ich vermute ok ok also das ist halt echt Spitzenqualität, das können die ganzen Pros überhaupt nicht ja also wenn du da gegen den Pro spielen musst, hm, ich glaub der wird verlieren alles klar ok ok aber ich glaube da können wir vorspulen ich hoffe das nicht abstürzt okay, gestürzt dich ja das ist natürlich klar bei sowas jetzt da haben wir volle Kanne rein und dann sehen wir uns hier ja und damit willkommen zum zweiten Teil ich nehme das jetzt ein bisschen Spiel auf, denn es hat einfach kein Overwatch geladen ok ok also erstmal schaut's aus wie ein normaler Spieler ok, Creeping auf jeden Fall ok also der Typ spielt irgendwie bloß Farmers und steht 1,4 also vom Skill Level würde ich auf jeden Fall schon mal sagen, wir sind auf Goldnova dann wir sehen eine P90 der guckt nicht in Action rein und kriegt schon wieder eine Schelle was spielt der jetzt? jetzt spielt der AW ok jetzt wird's interessant so aber er guckt wieder Action ok aber geht dieses Mal Mitte interessant ok, das sah jetzt für mich normal aus geht wieder auf A und sieht da ist keiner und kriegt wieder auf die Fresse ok warum warum wurde der reported? warum wurde der reported? ok, sie haben nen Bot bei sich ok, also sinds alles normal ok, also sinds alles normal also also vom Skill Level würde ich mal sagen nicht höher wie Goldnova also so von dem was er, wie er spielt und alles mögliche wie er, wie er up-aimt, also also ich denke ich denke nicht, dass es höher wie Goldnova ist niedriges Goldnova ok, jetzt bist du alle über B gelaufen und das hat dir jetzt was gebracht also er läuft und schießt und trifft den nicht immer ok, das war glaube ich ok, da hätte ich ja gerne langsamer gesehen aber was er halt abämt, er ähmt auf dem Boden erstens und zweitens, also was, was spielt der? ok, jetzt sieht er dann rechts also aimbot auf jeden Fall nicht ja ok, das war jetzt ein lucky headshot ah ne, jetzt war der andere ok jetzt geht er wieder hier auf ah, er ist komplett offen er könnte von oben weggemacht werden das juckt ihn einfach nicht warum wurde der reported? und kriegt wieder auf die Fresse ok ok, jetzt ist es interessant, sie kommen jetzt nach A ok, hat er das jetzt gesehen oder warum läuft der jetzt weg? weil es kann ja einfach so ein Russenkind sein, weißt du das? ok, soviel dazu ok, soviel dazu also er steht 2 9 und le was macht der? was macht der? der rennt einfach durch alter, wie kriegt der den? das ist schon lachhaft, dass er den jetzt noch gekriegt hat so, jetzt würde es mich interessieren, aber ok, was aimt der ab? was aimt der ab? warum aimt der auf die und kriegt wieder auf die Fresse was aimt der ab? was aimt der ab? was aimt der ab? was aimt der ab? Ja, aber... Watt? Alter, also so ein komisches Overwatch hatte ich ja noch nie, aber ihr könnt ja mal gern eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, aber... Watt? Nee, also... Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und melde mich nächste Woche wieder und bis dahin. Tschau! 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 Tschau!